Was haben Sigismund von Dopschütz, ehemaliger Kurdirektor Bad Kissingens, heute freier Journalist, und Thomas Faber von Faber Feinkost in Bad Kissingen gemeinsam? Sie alle sind zu Gast in der Sondersendung Mein Leibgericht, direkt aus dem Einrichtungshaus Angermüller in Bad Neustadt. Am Samstag um 45. Mein Leibgericht mit Chris Gapfert, nur hier auf TV Thuring. Untertitelung des ZDF, 2020